Hi, wie gefällt dir die Party? Eigentlich ganz gut, es ist ja im Rahmen der Berlinale und da gibt es ja wirklich jeden Tag zehn Partys irgendwie. Und es gibt ja die Party Hopper, bin ich nicht, weil ich lasse mich immer nur auf ein, zwei Partys blicken, ich bin nicht so roter Teppich geil. Aber man muss es mal machen, um halt im Gespräch zu bleiben. Und ansonsten ist es gut, außer es gibt kaum Wasser. Okay, was sind deine nächsten Projekte? Ich habe jetzt ein bisschen Ruhe gemacht und dieses Jahr wird mal wieder ein Deutsch-Rock-Album, ich gehe jetzt mal auf Deutsch. Rock-Crunch, probiere ich mal, gib es noch nicht und probiere einfach mal und schreibe und dann kommt im Sommer eine EP. Super, produzierst du das hier in Berlin? Das mache ich alles selber, komplett. Keine Plattenfirma, kein Management, äh, nein, kein Bock. Wahnsinn, wann können wir damit rechnen, wann das rauskommt? Schwer zu sagen, ich habe noch, ich darf nicht drüber reden, ProSieben im April ein paar Projekte und RTL im Juli wahrscheinlich und so in dem Zeitpunkt wird es rauskommen. Sehr schön, wir freuen uns, ich wünsche dir noch viel Spaß und einen schönen Abend. Danke dir auch, hübsche Frau. Hallo, die Party ist sensationell, weil Martin Kese-G ist da! Martin Kese-G, entschuldigung, ich muss kurz... Martin! Hallo? Ich muss aber sagen, Martin ist das größte Idol für mich, wie der Schwanz für ihn. Deswegen habe ich mir auch Nico seinen Schwanz bei Adam sucht Eva aus Elin. Ja, ja. Ich habe ihn gefeiert, ganz ehrlich, ich habe ihn gefeiert bei Adam. Du feierst mich immer, ich feiere dich aber auch. Wir haben schon zusammen echt viel gemacht im Fernsehen. Hammer? Hammer! Ja, privat, aber nicht im Fernsehen, ganz ehrlich. Geiler Typ, geile Party, ganz, ganz toll und, äh, ja, nächstes Jahr sind wir wieder hier, oder? Nee, nee! Schwuuuul! Nein, Nico habe ich echt als netten Menschen kennengelernt, der ist ein super Typ und den können mich an wie Torsten Neger gerade. Entschuldigung, warte, ich mache gar nicht. Ja, und den Martin habe ich super kennengelernt, der ist ein netter Typ, der ist in der Haare, jetzt komm her, Mann! Ja, ist ja gut, ich liebe ihn! Gleichfalls. Danke und Tschüss! Bye, bye! Vielen Dank.